Herzlich Willkommen im Restaurant Freihof in Ahrdorf im schönen Kanton Turbau. Seit dem Mai 2009 ist Maggie Neve Pächterin vom 1972 renovierten stattlichen Freihof aus dem 15. Jahrhundert. In unserer Küche zaubert die Küchenchefin Doris Neukomm feine Gerichte für jedes Budget. Unsere Spezialitäten sind verschiedene Fleischbretter mit Pommes frites und Salat und im Winter diverse Käsefondue. Für Familien, Vereins und Geschäftsanlässe haben wir in unserem Säle Platz für 30 Personen. Im Garten und an den Platanen geniesst man ein Dessert, ein kühles Bier oder ein feines Glas Wein. Das ganze Freihof-Team freut sich auf Ihren Besuch. Unsere Öffnungszeiten sind vom Montag bis am Freitag von halb neun bis Mitternacht. JazzOT Jazzik Annen Untertitelung des ZDF, 2020